An einem geheimen Ort, mitten in den Schweizer Alpen, liegt dieser graue Bunker. Zu Zeiten des Kalten Krieges war hier das Hauptquartier der Schweizer Armee. Jetzt sind hier Rechenzentren untergebracht, denn das Land will zum digitalen Safe der Welt werden. Die Menschen sind sensibler geworden im Hinblick auf ihre Daten und wer darauf Zugriff hat. Wir sind ein Schweizer Unternehmen. Sie können uns vertrauen, dass sich alles an einem sicheren Ort befindet und niemand Zugang hat. Die hier aufbewahrten Daten sind geschützt durch eine Stahltür, die einer vier Tonnen schweren Bombe standhält, gesichert gegen Strom- oder Computerausfälle, Erdbeben- oder Terrorangriffe. Immer mehr Kunden wünschen sich auch Schutzwelle gegen Cyberattacken oder Spionage, vor allem seit den Enthüllungen über die Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA. Ich habe zwei Meinungen. Zum einen bin ich Bürger eines europäischen Landes und finde es unglaublich, was die Amerikaner tun. Zum anderen sehe ich das als Geschäftsmann. Es ist sehr gut für unser Unternehmen, weil die Geschäfte sich innerhalb kurzer Zeit verdreifacht haben. Zudem hat die Schweiz eines der strengsten Gesetze im Hinblick auf die Privatsphäre. Zwar musste sich das Land in jüngster Vergangenheit bei Bankgeheimnissen öffnen, aber der Schutz der Privatsphäre bleibt tief verankert. Und so kommen viele Ausländer in die Schweiz, nicht mehr um ihr Geld zu bunkern, sondern ihre Daten.